Alter, du willst mir den Ball abnehmen? Was? Na dann, komm her! Ich hoffe, du hast noch nichts gegessen, denn ich verpasste jetzt eine extra Portion von meiner... Power! Miguel spricht nur Spanisch, Baby. Dice él, que ojalá que tenga hambre, porque está por hacerte comer una nata de su propio... Power! Danke, Süße. Hör mal, Gandhi. Gandhi, nur weil du es geschafft hast, mit deiner kleinen Playmobil-Chirurgen-Ausrüstung den Patienten nicht umzubringen, bist du noch lange nicht die Schwester von Michael Jordan. Sie glauben, sie können das besser, Opa? Jetzt kannst du mal was lernen. Na, wie gefällt dir das? Geht dir das schön rein? Oh nein, mein Rücken. Alles in Ordnung? Ich bitte Sie, ich posiere nur, damit der Freund mich für seinen Leuten, neben denen ich mich so fühle wie ein kleines Mädchen-Album fotografieren kann. Ah! Hören wir. Oh Gott!